Hallo, grüß euch, das ist der Christian vom Projekt Lebensblüten. Vielen Dank für die vielen Beiträge zum Crowdfunding, die wir schon bekommen haben. Damit unterstützt ihr uns, dass ihr Hörblüten kostenlos für Menschen in der letzten Lebensphase herstellen könnt. Und die Uschi, die wird euch gleich was erzählen über unser Lebensblüten-Impulse-Heft. Das ist das allererste, ganz druckfrische Exemplar von unserem Lebensblüten-Impulse-Heft. Und das kriegen unsere Erzähler zur Vorbereitung auf das Interview von uns. Und da sind ganz super tolle, kreative, schöne, berührende Fragen drinnen. Wie zum Beispiel eine Freundschaft, die mir viel bedeutet und ein bis fünf wunderbare Momente, die wir geteilt haben. Genau. Oder einer meiner allerersten Küsse, mit dem ich sehr positive Erinnerungen verknüpfe. Und das erste Mal mit Schmetterlingen im Bauch. Ja, und wenn ihr beim Crowdfunding was spendet, dann kriegt ihr auch dieses Impulshüftchen. Also bitte weiter unterstützen bei unserem Crowdfunding. Vielen Dank.